Zahnpflege mit Spaßgarantie. Elektrische Kinderzahnbürsten im Test. Willkommen zurück bei unserem Kanal für Eltern und Kinder. Heute dreht sich alles um die Zahnpflege mit Spaßgarantie. In unserem aufregenden Video haben wir elektrische Kinderzahnbürsten im Test. Lasst uns gemeinsam herausfinden, welche Zahnbürsten die Kleinen begeistern und ihre Zähne strahlend sauber machen. Lasst uns direkt loslegen. In diesem Video geht es um den Test elektrischer Zahnbürsten für Kinder. Erfahren Sie, wie eine elektrische Zahnbürste das Zahnputzen bei Kindern erleichtern kann und warum sie effektiver als Handzahnbürsten ist. Wir besprechen verschiedene Modelle, darunter die Happy Brush Echo Vibe 3 Minions, für Kinder ab 8 Jahren, die Oral-B EO My Way, für Kinder ab 10 Jahren und die GUM Play Brush Junior 6 Plus, für Kinder ab 6 Jahren. Erfahren Sie mehr über die Funktionen dieser Zahnbürsten und welche Altersgruppe Sie ansprechen. Wenn Sie nach einer geeigneten elektrischen Zahnbürste für Ihr Kind suchen, bietet dieser Testbericht wertvolle Informationen und Empfehlungen. Verpassen Sie nicht die Chance, die Zahngesundheit Ihres Kindes zu verbessern. Schauen Sie sich jetzt das Video an. Die Auswahl der richtigen elektrischen Zahnbürste für Kinder ist ein wichtiger Schritt, um eine effektive und angenehme Zahnpflegeroutine zu etablieren. Im Test von elektrischen Zahnbürsten für Kinder werden verschiedene Aspekte betrachtet, um die Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit der Geräte zu bewerten. Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung ist die Reinigungsleistung der Zahnbürste. Elektrische Zahnbürsten verwenden verschiedene Technologien wie oszillierend rotierende Bewegungen oder Schallvibrationen, um Plagg effektiv zu entfernen. Im Test wird überprüft, wie gründlich die Zahnbürste die Zähne reinigt und ob sie schwer zugängliche Stellen erreichen kann. Ein weiteres Kriterium ist die Benutzerfreundlichkeit der Zahnbürste. Kinder müssen in der Lage sein, die Zahnbürste bequem zu halten und zu bedienen. Ein ergonomisches Design, kinderfreundliche Bedienelemente und ein leichter Griff sind wichtige Merkmale, die im Test bewertet werden. Die Sicherheit der Zahnbürste ist ebenfalls von großer Bedeutung. Im Test wird überprüft, ob die Zahnbürste den geltenden Sicherheitsstandards entspricht und über Schutzmechanismen verfügt, um Verletzungen zu verhindern. Dazu gehört beispielsweise eine sanfte Putztechnik, um das Zahnfleisch nicht zu schädigen. Zusätzlich zu den technischen Aspekten werden auch andere Faktoren berücksichtigt, wie zum Beispiel das Design und die Attraktivität für Kinder. Bunte Farben, lustige Charaktere oder interaktive Elemente können Kinder dazu motivieren, regelmäßig und gründlich ihre Zähne zu putzen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahl der richtigen elektrischen Zahnbürste für Kinder individuell ist und von den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes abhängt. Einige Kinder bevorzugen möglicherweise eine spielerische Zahnbürste mit interaktiven Funktionen, während andere eine einfache und effektive Reinigung bevorzugen. Eltern sollten die verschiedenen Modelle vergleichen und diejenige auswählen, die am besten zu ihrem Kind passt. Erfahren Sie, warum elektrische Zahnbürsten gründlicher reinigen als herkömmliche Handzahnbürsten und wie Sie selbst schwer zugängliche Stellen im Mund erreichen können. Tauchen Sie ein in die faszinierenden Eigenschaften und Funktionen der vorgestellten Modelle. Wir stellen Ihnen die Happy Brush Echo Vibe 3 Minions vor, eine lustige und ansprechende Zahnbürste für Kinder ab 8 Jahren. Erfahren Sie mehr über die Oral-Be-E-O-My-Way, die speziell für Kinder ab 10 Jahren entwickelt wurde und innovative Features bietet. Und nicht zu vergessen, die GUM Play Brush Junior 6 Plus, eine elektrische Zahnbürste, die Kinder ab 6 Jahren spielerisch zum Zähneputzen motiviert. Wir nehmen Sie mit auf eine virtuelle Tour durch die Welt der Kinderzahnbürsten und zeigen Ihnen, wie diese Modelle im Test abgeschnitten haben. Erfahren Sie mehr über Ihre Vor- und Nachteile, Ihre einzigartigen Funktionen und Ihre Altersempfehlungen. Entdecken Sie die Vorteile eines integrierten Timers, der die Putzzeit überwacht, und eine Andruckkontrolle, die zu starken Druck verhindert. Eine gute Zahngesundheit ist von großer Bedeutung, insbesondere für unsere jüngsten Familienmitglieder. Das Zähneputzen kann für Kinder manchmal eine Herausforderung sein, doch mit einer elektrischen Zahnbürste wird dieser Prozess nicht nur erleichtert, sondern auch zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Erfahren Sie, wie diese speziellen Zahnbürsten Kindern helfen können, schwer zugängliche Stellen im Mund zu erreichen und dabei gründlich zu reinigen. Doch das ist noch nicht alles. Lassen Sie uns tiefer in die verschiedenen Arten von elektrischen Zahnbürsten eintauchen, die für Kinder erhältlich sind. Entdecken Sie die Unterschiede zwischen Schaltsanbürsten mit Vibration und länglichem Bürstenkopf und oszillierend rotierenden Zahnbürsten mit rundem Bürstenkopf. Wir werden Ihnen zeigen, welche Altersgruppen diese Modelle ansprechen und welche besonderen Merkmale sie bieten. Wir haben drei herausragende Modelle genauer unter die Lupe genommen. Erfahren Sie alles über die Happy Brush Echo Vibe 3 Minions, für Kinder ab 8 Jahren, die mit ihrem lustigen Design und ihren Funktionen begeistert. Tauchen Sie ein in die Welt der Oral-B-E-O-My-Way, die speziell für Kinder ab 10 Jahren entwickelt wurde und mit innovativen Technologien aufwartet. Und natürlich dürfen wir die GUM Play Brush Junior 6 Plus nicht vergessen, die Kinder ab 6 Jahren spielerisch zum Zähneputzen motiviert. Darüber hinaus werden wir Ihnen wichtige Informationen zur Batterielaufzeit und zum Ladevorgang der elektrischen Zahnbürsten liefern. Sie werden mehr über die verschiedenen Reinigungsmodi erfahren, die von sanften und sensiblen Einstellungen bis hin zu intensiveren Reinigungsmodi reichen. Diese individuellen Einstellungsmöglichkeiten ermöglichen es Ihnen, die Zahnpflege optimal an die Bedürfnisse Ihres Kindes anzupassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir untersucht haben, ist die Handhabung und Ergonomie der elektrischen Zahnbürsten. Wir werden Ihnen zeigen, wie kinderfreundlich diese Modelle gestaltet sind und ob sie über rutschfeste Griffe oder ergonomische Formen verfügen, die das Halten und die Kontrolle während des Putzens erleichtern. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu bieten, haben wir auch die Meinungen und Erfahrungen anderer Eltern und Kinder in unseren Testbericht einfließen lassen. Wir werden Ihnen Feedback und Bewertungen präsentieren, um Ihnen einen realistischen Eindruck von der Leistung und dem Nutzen der einzelnen Modelle zu vermitteln. Abschließend möchten wir Sie ermutigen, aktiv am Zahnputzprozess Ihrer Kinder teilzunehmen und Sie bei der Auswahl und Verwendung der elektrischen Zahnbürste zu unterstützen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kinder motivieren können, regelmäßig und richtig zu putzen, und wie Sie eine positive Zahnpflegeroutine in Ihrer täglichen Routine etablieren können. Happy Brush Echo Vibe 3 Minions Diese elektrische Zahnbürste wurde speziell für Kinder ab 8 Jahren entwickelt. Sie überzeugt nicht nur mit ihrem lustigen Minions-Design, sondern auch mit ihrer Effektivität beim Zähneputzen. Die Vibrationstechnologie sorgt für gründliche Reinigung und der integrierte Timer motiviert Kinder, die empfohlene Putzzeit einzuhalten. Mit umweltfreundlichen Materialien und einem nachhaltigen Ansatz ist die Happy Brush Echo Vibe 3 Minions eine ausgezeichnete Wahl. Oral-B-E-O My Way Diese elektrische Zahnbürste ist für Kinder ab 10 Jahren konzipiert und bietet eine beeindruckende Reinigungsleistung. Mit ihrer oszillierend rotierenden Technologie und dem runden Bürstenkopf erreicht sie effektiv alle Zahnflächen. Die Oral-B-E-O My Way verfügt über verschiedene Reinigungsmodi und personalisierbare Einstellungen, um den individuellen Bedürfnissen ihres Kindes gerecht zu werden. Die hochwertige Verarbeitung und die innovative Technologie machen sie zu einer der besten Optionen auf dem Markt. GUM Play Brush Junior 6 Plus Diese elektrische Zahnbürste kombiniert Zähneputzen mit Spielen und ist ideal für Kinder ab 6 Jahren. Sie verwandelt das Zähneputzen in ein interaktives Erlebnis und motiviert Kinder, gründlich zu putzen. Die GUM Play Brush Junior 6 Plus wird mit einer speziellen App verwendet, die spielerische Aktivitäten bietet und den Fortschritt beim Putzen verfolgt. Dieses Modell ist ideal für Eltern, die ihre Kinder spielerisch zur richtigen Zahnpflege ermutigen möchten. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahl der besten elektrischen Zahnbürste für ihr Kind auch von individuellen Vorlieben, Bedürfnissen und dem Alter abhängt. Wir empfehlen Ihnen, sich näher mit diesen Modellen zu beschäftigen und diejenige auszuwählen, die am besten zu den Anforderungen Ihres Kindes passt. Happy Brush Echo Vibe 3 Minions Diese Zahnbürste ist nicht nur aufgrund ihres lustigen Minions-Designs bei Kindern beliebt, sondern auch aufgrund ihrer Leistung. Sie verfügt über eine Schallvibrationstechnologie, die effektiv Plagg entfernt und die Zähne gründlich reinigt. Die Bürste hat einen integrierten Timer, der Kinder dazu ermutigt, die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten. Darüber hinaus ist die Happy Brush Echo Vibe 3 Minions umweltfreundlich, da sie aus recycelten Materialien hergestellt ist und einen austauschbaren Bürstenkopf hat. Oral-Be-E-O-My-Way Diese Zahnbürste wurde speziell für ältere Kinder ab 10 Jahren entwickelt. Sie zeichnet sich durch ihre oszillierend rotierende Technologie aus, die eine gründliche Reinigung der Zähne ermöglicht. Der runde Bürstenkopf passt sich gut an die Zahnkonturen an und erreicht schwer zugängliche Stellen. Die Oral-Be-E-O-My-Way verfügt über verschiedene Reinigungsmodi, darunter einen sensiblen Modus für empfindliche Zähne. Sie bietet auch personalisierbare Einstellungen, sodass Kinder die Zahnbürste an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. GUM Play Brush Junior 6 Plus Diese Zahnbürste kombiniert Zähneputzen mit Spielen und eignet sich ideal für Kinder ab 6 Jahren. Sie funktioniert mit einer speziellen App, die mit der Zahnbürste verbunden ist. Die App verwandelt das Zähneputzen in ein interaktives Erlebnis, bei dem Kinder Aufgaben erfüllen und virtuelle Belohnungen erhalten können. Die GUM Play Brush Junior 6 Plus erfasst auch Daten über die Putzgewohnheiten und den Fortschritt des Kindes, sodass Eltern den Putzprozess überwachen können. Diese Zahnbürste motiviert Kinder, regelmäßig und gründlich zu putzen, indem sie Spaß und Spiel miteinander verbindet. Bei der Auswahl einer elektrischen Zahnbürste für Ihr Kind sollten Sie neben den Funktionen und Leistungen auch deren Komfort und Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen. Denken Sie daran, dass die Zahnbürste die individuellen Bedürfnisse Ihres Kindes erfüllen und trainieren sollte, eine gute Mundhygiene zu pflegen. Nehmen Sie sich Zeit, um die verschiedenen Modelle zu vergleichen und dasjenige auszuwählen, von dem Sie glauben, dass es am besten zu Ihrem Kind passt. Und das war unser Video zur Zahnpflege mit Spaßgarantie und den besten elektrischen Kinderzahnbürsten im Test. Wir hoffen, Ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Vergesst nicht, regelmäßig die Zähne Eurer Kleinen zu putzen und Ihnen dabei ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wenn Euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren spannenden Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!